Drei Nordmantannen schmücken verschiedene Plätze am Rheinland-Pfälzischen Landtag in Mainz. Sie sind Spenden des Rhein-Lahn-Kreises und wurden heute feierlich übergeben. Die größte der drei Tannen hat eine Höhe von ungefähr sieben Metern und ist gut 23 Jahre alt. Alle drei Bäume stammen aus Nassstetten. Der Baumschmuck wurde von Kindern aus dem Rhein-Lahn-Kreis gefertigt. Seit 1985 gibt es die Tradition der Baumspenden aus Städten und Landkreisen für den Rheinland-Pfälzischen Landtag.